Hallo und herzlich willkommen hier oben von The Forest. Mit uns. Hallo! Ich bin noch die gleichen zwei. Ich habe dann so zwei Sticks. Wenn du wieder hochkommst. Das sieht aus, ey. Ich lasse mich fest. Oh, es wird fest. Nein, lass mich doch hoch. Ich gucke mal, was es noch so schönes zu bauen gibt. Ja, mach du das. Ich versuche da. Oh, ich, jetzt, lass mich. Du bist so runtergefahren. Nein! Ich komme aber da nicht. Ah, Moment. Ah, ich habe es geschafft. Oh mein Gott, ich sehe nichts mehr. Die Sonne blendet nicht. Garzebo. Also nicht in-game. Ich muss mal googeln, was ein Garzebo ist. Warte mal, das google ich jetzt mal. Das will ich jetzt mal wissen. Ja, wir haben ein Feuer da oben. Moment. Äh. Garzebo. Jetzt kommt kurz der nicht raus. Ja, ja. Nö, das ist irgendwie so eine große Pergola, ja. So wie es da abgebildet ist eigentlich. Auf dem Boden aber halt, ne. Ja. Okay. Und was gibt es denn so Dinge? Äh, Pavillon. KC, wo ist ein Pavillon? Ah, das ist das, was ich vorhin sagen wollte, wo ich es selbst gesagt habe. Ich wusste das Wort nicht mehr, deswegen habe ich es selbst gesagt. Ach, du musst eigentlich Pavillon sagen. Ja, genau. Der, der draußen springt schon wieder rein, so ein verrückter Rum. Ja. Hey. Der ist in der Sprengfalle drin. Ja, aber die ist ja bei mir schon explodiert, deswegen kriegt er ja nicht in die Luft. Aber ich gehe mal kurz mit hoch, bevor ich gucke, was ich hier noch baue. Äh. Äh. Ja, was gibt es denn noch alles? Ähm. Jump and run. Ja. Ein Baumhaushalt kennt man schon. Ja. Ähm. Moment, was ist das denn? Ähm. Explosive Holder. Was ist das? Ja, da kannst du bestimmt irgendwie die Bomben reinstellen. Nein. Nein. Oh, nicht denn. Äh. Ich häng fest. Also gut. Ja, aber das sieht da aus, wie wenn zwei, ähm, Loks drauf liegen. Zwei halbierte. Sehr glücklich. Du kannst ja auch so einen Waffenständer bauen. Jopa. Dann gibt es hier noch Custom Foundation. Ein Custom Roof. Was ist das denn? Was? Ah, das geht gar noch nicht. Das ist... Doch, das wirklich bauen können. Ein Custom Roof. Hä? Und da kann ich etwas mit L und... Hä? Was? Wie? Custom Roof. Roof heisst glaube ich Dach. Hä? Ja, Roof heisst Dach. Moment mal, ich mache hier mal L. Hä? Ich glaube für das Dach muss das irgendwie so ein Custom Foundation oder so bauen, ne? Ah, hier könnte ich jetzt das Ding hinbauen. Hier drauf kann ich das hinbauen. Was? Dieses Custom Roof kann ich hier hinbauen. Hier drauf. Ja? Auf dem Boden. Von diesem Ding. Hä? Oder ne? Hä? Ich verstehe das nicht. Jetzt wird mir das angezeigt, aber die kann ich eh drücken. Ach! Achso, bei mir ist vorhin auch angezeigt worden. Ich konnte nicht eh drücken. Okay. Thick Mark. Ein Clipping Rope. Ah, das ist äh... Ein Clipping Rope, dass du irgendwo hochklettern kannst. Wooden Beth. Was ist ein Wooden Beth? Hm? Du meinst wohl Bench? Ja. Bank. Achso, Bank. Achso, Bank. Achso, achso. Ich verstehe. Ah, Gazebo. Ja, das... Ah, das sieht aber auch von Anfang an. Pavillon. Aber hätte man das nicht auch, ähm, tiefer bauen können? Ja, hätte man. Hahaha. Ich wollte halt nen Turmbau. Small Raft Hausboot. Guck, wir bauen mal ein Hausboot. Oh, da braucht man 15 Seilen. Ja, am Land. Hahaha. Brauchen wir 15 Seile, 25 Stoff und 125 Baumstelle. Okay. Ich glaube, das kann ich sogar hier draußen hinbauen. Ich baue hier draußen jetzt einen Garten hin. Hahaha. Hausboot. Wir haben nur zwei Locks dafür. Achtung, Besuche. Hahaha. Ich habe langsam ein Energieproblem und ein Hungerproblem, aber das ist nicht so schlimm, denn ich habe ja... Oh. Ich habe auch... Was Brot? Ich brauche Energie. Huch. Mein Essen ist weg. Ich kann das Essen? Hä? Hä? Warum kann ich... Ich habe das da hingehängt und kann das jetzt plötzlich essen? Ja, ja. Das wird dann trocken. Ah. Aber jetzt hast du was hingehängt und mein Essen ist weg. Äh, was? Oh. Habe ich noch Fleisch drin? Ja, ich habe da noch ein bisschen was. Hahaha. Hallo Kumpel. Hier bin ich. Spaß. Schmeiß mir halt mal ins Feuer. Oder ist mein Essen jetzt nach der Zeit verdorben? Nach so vielen Tagen. Das kann schon sein. Das kann schon sein. Ja. Ja. Es wäre logisch. Das hat ja jetzt schon eine ganze Weile gegangen. Wollte ich mir da noch ein paar Fische fangen. Ja, ich habe kein Speer. Das macht mich fast ein bisschen traurig. Steckt da nicht einer irgendwie meistens im Wasser drin? Nee, da liegt eben keiner. Ich habe nachgeschaltet, aber da ist nichts. Schade. Schade, schade. Okay, ich gehe mal Fische fangen. Schauen wir nochmal nach. Also hier hat es garantiert keine Fische. So viel weiß ich über das Spiel. Hä? Dass es in solchen Dingen hat, das hat es doch noch nie Fische. Doch. Es gibt eigentlich nur in so Tümpeln Fische. Nö. Am Meer gibt es überall Fische. Nö. Am Meer habe ich noch gar keine Fische gefunden. Äh, was? Ich, 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 ich. Ich sammle doch hier gerade Fische. Da hast du ja gar einen gesammelt. Okay. Hä? Komisches Spiel. So. Ich hänge mal zwei Stück hin. Wo ist denn der jetzt hin? Ah, was ich noch brauche. Inventar. Nein, ich gehe inventar. B. Und dann. 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 Weiß ich nicht. Komm doch irgendwann ins Wasser und probieren. So. Sind unsere Besucher eigentlich weg? Äh, ja. Gut. Wir haben uns verlassen. Ich nehme einen Schlitten mit. Das Wasser müsste jetzt... Wir haben sich nicht mal verabschiedet. Boah. Das Wasser müsste ja eigentlich jetzt da unten sein, ne? Und ich müsste ja nicht weit weg sein. Eigentlich da geradeaus runter. Äh. Nehmst du... Achtung! Da ist ein Kumpel. Waaaahhhh. Shit. Nein, nicht... Nicht wieder durch die Welt fallen. Oh oh. Nicht sterben. Nicht sterben. Danke schön. Oh oh. Ich laufe weiter. Ich komm mit. Nein! Nicht den Baumstamm mitnehmen! Toll. Jetzt hat er den Baumstamm neben ihn gelegt. Eh. Ich könnte eigentlich auch noch so ein Ding bauen nachher. Los geht's. Du hast Militärkleidung an. Ja du auch. Was? Ach da rennt jetzt die Karnibaren. Ach da ist ein Speer! Ein Speer! Ist das ein Speer? Ja das ist glaube ich kein Speer oder? Ist das kein Speer oder? Ist das ein Speer oder? Das ist ein Speer oder? Ja das sieht alles gleich aus. Es sieht alles gleich aus. Oh. 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 Wo bist du? Äh. Unten am Wasser. Äh. Ich seh deine Arzt oder? Voll gemein im Namen. Voll gemein im Namen. So. B. Was bauen wir denn jetzt? Boot. Oh das erstes Boot. Huch. Okay scheinbar. Was braucht denn das Boot jetzt? Keine Ahnung. Sachen. Hä? Hilfe ich tauche. Äh. Ich hab das Boot irgendwie unter Wasser gebaut. Scheiße. Aber man kann jetzt wirklich tauchen. Wie geil ist das denn? Nur noch was drin zu sein. Warte mal. Ich mach das mal wieder weg. Das ist mal irgendwie zu tief. Man sieht das Wasser auch irgendwie nicht gescheit. Hm. Dann baue ich es jetzt mal hier hin. Vielleicht können wir es dann reinschieben. Hm. Vielleicht. Na du kannst ja auch wieder bescheißen, ne? Achso. Wir wollen doch testen. Ja das ist testen. Das ist halt gar nichts mit Beschiss zu tun. Was jetzt alles erlaubt. Äh. 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 Ich fliege. Äh. Es geht. Warte. Okay ich hab es jetzt ins Wasser geschoben aber. Es geht unter. Es geht unter. Äh. Warum tauche ich jetzt schon wieder? So. Okay. Unser Fluss schwimmt nicht. Ha. Oh. Es hat ja nicht mal ein Segel dran. Ha. Na toll. So. Dafür suchen wir mal das Hausboot. Moment. Ja. Ich suche das raus. Wo baue ich das hin? Warte mal. Das steht aber jetzt auch unter Wasser wenn ich es da hinstelle. Warte mal. Ich stelle es mal hier oben auf. Ganz hier oben hin. Jetzt brauchen wir da alles. Warte auch nur Baumställe. Äh. Wo hast du das? Hast du da? Ja. Das ist ein Hausboot am Land. Okay. Ja. Ja. Huch. Äh. Brauchte man dafür für mich Seile? Ja. Das stand vorhin auch. Äh. 25 Seile und das und das und Klamotten und keine Ahnung. Naja. Ich beschwer mich nicht. Hm. Ich kann nichts tun. Ich seh dein Holz nicht. Siehst du überhaupt jetzt mal den Schlitten eigentlich? Ey. Ich seh meinen Schlitten nicht weg. Was denn? Ich tue gar nichts. Der ist gar nicht hier. Okay. Ich glaub wir haben's bald. Siehst du wenigstens was als ich was reinbaue? Eigentlich. Jajajaja. Immerhin. Ich seh dass du gerade mit dem Dach angefangen hast. Ahja. Okay. Obwohl die Wände noch nicht fertig sind. Zwängt dann mit dem Dach an. Ist auch etwas seltsam. Ja. Wie brauchst du denn noch? Noch auf den Stück. Ich brauch's aufpassen. Dass ich mich nicht verklicke hier. Ich glaub ich hätte mir sonst ins Wasser schieben können. Haha. Ich glaub dann hättest du ein bisschen mehr am Ding bauen müssen am Wasser. Oh Gott. Oh Gott. Oh das ist fertig. Oh nein. Ich bin mir rein der Kräfte. Oh Gott. Ich geh jetzt mal rein. Lass mal gucken wie das Ding... Na toll. Ich komm nicht rein. Muss ich auch reinspringen? Ja. Wie komm ich rein? Muss ich mal reinspringen? Oh Gott. Oh Gott. Du bist total schäpp hier. Wow 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 wow. Ah ich rutsche mit. Hahaha. Aber die Frage ist... Oh nein. Man rutscht nicht raus. Äh. Es ist irgendwo angehangen. Hä? Nein. Ich ertränke. Oh scheiße ich ertränke. Ich ertränke. Ich ertränke. Ich ertränke. Ich ertränke. Wieso erst trinkst du denn? Ja weil das Ding im Wasser ist. Was? Das ist jetzt nicht im Wasser. Doch. Komm nicht mehr raus. Das ist schon im Wasser. Nein. Doch. Nein. Ja hier doch. Hier wo die Kante anfängt, dann fängt das Wasser an. Das sieht nur so aus als wäre das Tiefe. Okay das Hausboot schwimmt nicht. Ist doch blöd. Was machst du denn? Ich schliebe es ins Wasser. Nee du bist doch... Das ist schon weiter unten. Nein. Bei mir nicht. Na toll das Hausboot geht nicht. Kann ich das Hausboot jetzt in Feuer stellen? Huch. 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 Jetzt bin ich im Wasser. Und oh mein Gott. Oh mein Gott. Nein 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 nein. Ich weiß jetzt was du mit ertränken meinst. Mhm. Ich war innen drin wie du mich runter geschoben hast. Und bin innen drin was ertrunken weil ich dich mal rausgekommen bin. Äh ja. Ja das ganze Spiel ist ein bisschen noch sehr sehr suboptimal. Vor allem im Koop. Ich weiß nicht ob es im Singleplay funktioniert. Ja eigentlich sollte es ja schwimmen. Normalerweise müsste es ja bauen können. Ja eigentlich ist es Holz. Ja. Ja. Eigentlich müsste es doch ähm ja. Ähm. Theoretisch. Vielleicht hat es auch einfach ein Leck. Keine Ahnung. Es hat ein Loch und deswegen finde ich es nicht. Hast du nur zwei Sticks eigentlich? Und was baust du? Ein Feuer. Okay. Ach ne aber ich kann glaube ich schnell sammeln. Gehe nicht. Und wo wir das bestimmt wo haben. Vielleicht. Äh ich glaube wir müssen erst in den Wald gehen. Scheiße. Ich habe einen Stein. Einen zum Werfen wie sie mal. Eine Echse. Und er haupt nicht nach unten genau jetzt. Na ja gut dann halt nicht. Jetzt mal zurücklaufen. Ja gut. Was gibt es noch zu bauen? Was gibt es noch? Äh ich glaube nicht mehr viel Spannendes. Äh ich glaube nicht mehr viel Spannendes. Ich finde es ist ganz eine Menge. Bonfire. Was ist Bonfire? Oh 10 Sticks. Ein Bonfire. Oh das ist dann ein riesengroßes Ding das brennt. Okay. Was können wir damit machen? Ähm. So brennen lassen. Siehst du? Achso da unten. Wir brauchen noch 10 Sticks. Ich glaube der Spielstand ist wirklich hinüber. Ich glaube das ganze Spiel ist hinüber. Ja und ob wir dann noch weiter spielen können oder ob wir das Bonfire überhaupt noch fertig stellen. Das sehen wir dann in der nächsten Folge. Machs gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.